So, weiter geht's beim Gravel Peach mit The Legend of Zelda Seal of Time, Leute. Ich hoffe, dass mit den Mikro-Einstellungen klappt alles so, wie ich mir das mal wieder vorgestellt habe. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich werde zwischendrin immer mal kurz überprüfen, ob das denn auch alles so seine Richtigkeit hat. Nun sind wir hier in einem komischen Level. Was haben wir denn hier? Ist irgendwas passiert? Aha. Oh, 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 oh. Oh, ein grüner... Ja, geil. Ah, hier auch ein grüner Weg. Aha. Aus grüner Wolle. Sehr einfallsreich. So, was passiert, wenn ich jetzt hier... Geht da jetzt irgendein... Nö. Ah, okay, doch. Stopp. Da war vorher ein grüner Weg und der hat zu der Truhe geführt. Ich möchte noch einmal den grünen Weg sehen. Aber der grüne Weg geht von... Äh, ich möchte hier durch. Warum kommt man hier nicht durch? Habe ich einen Bumerang? Was? Ich habe keinen Bumerang. Aber ich müsste doch Pfeil und Bogen haben, oder? Ah, Pfeil und Bogen haben wir nicht, Leute. Aber stimmt, der Typ, wo ich letztes Mal geguckt habe, wie die das mit dem Ventilator machen, der hatte Pfeil und Bogen. Aber ich frage mich schon wieder, wo der Typ das denn schon wieder her hatte mit dem Pfeil und Bogen. Es besteht sogar unter... Ah, nee, wir können ja auch hier... Ja, wir können hier ganz locker flockig hoch. Also kein Problem für uns. Zack. Und ein Golden... Wow. Ein Golden Kima wieder. Wir haben so viele Schlüssel noch hier in diesem Luftschloss. Ich bin da echt mal gespannt, wo es... Ja, und noch eine. Man findet nur Schlüssel, Leute. Ja, langsam gehen wir die Schlüssel echt schon auf den Neff hier so. Way. Way, way. Way, way, way. So viele haben wir gefunden schon. So, wo geht's denn hier lang? Aha. Da sind wieder einige Schlüssel. Ach, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass man hier einen Schlüssel braucht? Also ich nicht. Oh. Aha. Und komm, Schlüssel, Schlüssel. Oh nein. Unser nächstes Schwert. Ah, grün. It's green time. Hallelujah. So, alles klar. Hier können wir hoch und auch da rein. Oh nein. Ein Monster. Ein, ein GLP. Ein GLP in Zombieform. Aber wo ist der hin? Was haben wir hier oben, Leute? Es, wartet. So. Es kommt mir sehr spanisch vor. Was, was haben wir hier? Ich kann auf die Pyramide drauf gehen. Ja, sehr geil. Super. Das bringt mir natürlich unglaublich viel jetzt. Das bringt mich auch unglaublich weiter. Muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Ja. Da unten ist rot. Hm. Ja. Das, das ist toll. Das ist schön, ja. Aber in dem, an dem roten Waren wird glaube ich noch nicht, ne? Soll ich jetzt da runterfliegen mit dem Umbrella? Umbrella. Äh, 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 äh. Das heißt, das Ziel ist es jetzt wahrscheinlich wirklich, da vorne mit dem Umbrella runter zu gehen. Okay. Äh, tun wir das einfach so, wie sie es wollen. Ich meine, ich hab da nichts gegen, wenn wir mit dem... Ach, guckt mal da unten, der geht dauernd auf und zu der Umbrella. Ja, ich hab da nichts gegen, durchaus nicht. Fliegen wir einfach. Wow! Normalerweise klatscht er immer nach unten. Können das ja mal ein bisschen simulieren jetzt hier. So, und einmal ins deutsche weiße Kreuz rein. Was haben wir hier? Oh, ein Silverschlüssel brauchen wir da. Den haben wir natürlich dabei. Ich frag mich nur, was passiert, wenn man hier versehentlich falsch gegangen ist. Und ja, ich glaube, dann kommt man nicht mehr weit. Oder den Schlüssel, also den Schlüssel nicht mit hat. Das meinte ich. Das wollte ich eigentlich ausdrücken. Hier haben wir jetzt, ah, Glaswände. Ja, sehr schön. Dahinter, ähm, zwei Schalter jeweils. Kommen wir noch nicht weiter, so scheint es. Gehen wir doch einfach mal hier lang. Vielleicht brauchen wir den, äh, hier, ich, ja, ich seh das schon. Ich seh das schon. Wir brauchen hier den... Machen wir das auch direkt mal. Nein! Nein! Nein, Link! Ja! Und stirb! Stirb! So, respawn. Wo respawnen wir? Hier respawnen wir. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da so, ne? Ja, aber da kommen wir doch nie im Leben... Nie im Leben rein. Äh. Ah, man kann sich cheaten. Nein! WTF? Ja, tschüss. Komm, geh doch ster... Oh. Ja, das war eindeutig falsch. So, zack, respawnen. Nochmal. Ich will da jetzt rein und ich komm da rein, Leute. So. Nein, man kann doch nicht zweimal drücken, warum das denn nicht? Okay, wir gehen erstmal weiter. Scheiß, einfach mal darauf. Interessiert uns nicht viel. Wir gehen einfach mal weiter. Aber dieses Luftdingen, ich meine, am Anfang, okay, ist ja ganz lustig, ne? Aber irgendwann geht's einem auch richtig auf den Nerv, glaube ich. Also mir geht's jetzt zumindest schon auf den Nerv, weil ich mir einfach denke, was soll das hier? Wie lange soll das noch gehen? Wie lange soll ich mich da rumquälen in einem komisch aussehenden Raum? Ich hoffe, ihr hört die Musik. Die ist ja relativ leise eigentlich. Komm, auf 14% rein, da bringt's jetzt auch der eine. Aber als sie auf 16% war, war es schon zu laut, ne? Also, man weiß es nicht. Ähm, okay. Gehen wir einfach mal rein, ist egal. Ja, ach du Scheiße. Oh, das tut weh. Ah, warum tut das weh? Hm. Ja, ich würde sagen, Schlüssel? Oh nein, kein Schlüssel, warum nicht? Ist hier nicht auch so was Tolles? Nein, ist hier nicht. Gehen wir doch mal hier rein. Oh, ihr wartet auf mich. Und ein Zwischenboss, Leute. Aber mit meinem super geil tollen Diamantschwert können wir ja selbst die Wölfe nichts antun. einblieb und sie sind weg. Tut mir leid, Wölfe. Also, ich kann auch jetzt gerade kein Licht anmachen. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil ich muss mich gerade... So. Jetzt haben wir Licht an. Ach, du Scheiße. Jetzt hört ihr mir mal zu. Mit zwei Schlägen seid ihr tot. Und ihr macht mich jetzt nicht platt. Ja, ein Achmed. Du bist ja ein ganz feiner Junge, äh? Und tschüss. Kommt noch? Will noch jemand? Oh! A Monster GLP. So, auch der dürfte mit unserem Diamantschwert... Naja. Recht einfaches Fressen sein. Ja, hast du es bald, Junge. Wie oft soll ich dich noch schlagen? Das ist Diamantschwert. So, tschüss. Ah, das war es schon. Also, auf gut Deutsch, man hat so getan, als wenn man voll den schweren Gegner erfunden hätte. Und im Endeffekt war es... Oh, Moment. War es dann wie so eine kleine Schmeißfliege, die nichts konnte. Und kriegt man auch für einen Silber... Nein, wir kriegen Goldbarren. Aber was ist denn hier? Ah, hier ist etwas für den netten Enterhaken-Friend. Oh, schön. Ach, guckt mal, Leute. So, können wir da ran? Da bleibt er nicht hängen. Okay. Dann meinetwegen auch hier lang. Äh. Nein. Ja, respawn. Alles klar. Äh, wollt ihr mich ärgern? Hört mal, GLPs. Ich hab schon gegen euch gekämpft. Also, nochmal Bock hab ich eigentlich nicht so. Wenn ihr mir ein Gratis-Eis spendiert, okay, dann lässt sich darüber durchaus mal quatschen, ne? Warum geht das denn jetzt nicht? Beim ersten Mal hab ich das geschafft und jetzt schau ich da nicht mehr, oder was? Na ja, unschuldig spawnen. Ihr könnt mich doch mal, ey. Ja, jetzt... Oh. Verzieht euch doch, Jungs! Lasst mich in Ruhe! So. Jetzt kommen die anderen Wölfe hier, die können direkt mal nach Hause gehen. Auf die hab ich jetzt gar keine Lust. Wir gehen jetzt einfach hier hoch und harz ich die Sache so. So, ja, sauber. Geht doch. Und hier genau dasselbe Spiel. So, sauber. Ja.